Es war eine sehr gute Stimmung, wir hatten gestern schon ein gemeinsames Abendessen, wo wir einige Dinge diskutiert haben und jetzt heute wirklich in der sehr privaten kleinen Runde verschiedene Themen diskutiert. Es ist für mich auch wahnsinnig spannend und interessant, so viele Leute aus den unterschiedlichsten Sportarten und aus den unterschiedlichsten Ländern auch zu treffen. Und irgendwo hat man ja gemeinsame Interessen als Leistungssportler, sehr klar, aber trotzdem, jeder erlebt das alles ein bisschen anders und es waren wirklich spannende Gespräche. Es ist sehr wichtig, denn wir können uns unsere Visionen in dem Olympischen Sportarten, in der pura essenziale ist. Es ist, dass die größte des Verteidigungen anwaltt, was die Athleten anwaltt, was die Athleten anwaltt. Und, so, die die Athleten anwaltt, ist, dass die Athleten anwaltt und die Athleten anwaltt. Ich finde, ein großer Schritt für den Aufenthalt, um zu beherren, um zu beherren, um zu beherren, um zu beherren, wie es die Zukunft, um zu beherren, um zu beherren, um zu beherren, um zu beherren. Ich möchte sagen, dass ich mich sehr sehr, 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 aber auch, dass es die Unterschiede für mich im Weltraum, The main thing that it was very important for me was to reinforce the fact that the athletes are at the heart of the movemen and IOC and the president Bach has shown that very clearly, and that was the main reason for me to be part of it. dass wir, die Athleten sind die Herz der Bewegung. Ich denke, der Agenda 2020 ist ziemlich spannend. Es zeigt eine promising Zukunft für die Athleten. Es ist wirklich fantastisch, dass wir, als Athleten, able zu geben, und auch zu werden, weil die Athleten-Education ist auch sehr wichtig. Wo ich starte? Wo ich starte? Es gibt viele Recomendationen über die Athleten. Ich habe keine besonderen Recomendationen. Ich liebe die Klinik-Athlete. Ich denke, das ist das, was es geht. Wir müssen die Klinik-Athlete, wenn es die Antidoping angeht, die Korruption angeht, die Sexual Orientierung angeht. Ich denke, das sind diejenigen, die von der Athleten-Athlete sind, sehr wichtig sind. Aber auch die Kriterien, die Athleten-Athlete sind, als Teil der BID-Prozess. Ich denke, das ist das, warum ich sage, wo ich starte? Mit welchen Recomendationen ich denke, ist das wichtig? Ich bin Teil der ganzen Prozess. Ich denke, alle 40 von denen, alle 20 plus 20, sind extrem wichtig. Und in der Endeffekt, die Athleten, die sind an die Gäste, und die vorbereiten für die Gäste. Ich denke, es ist sehr spannend, zu sehen, wo die Olympische Bewegung ist. Und die Recomendationen in der Agenda 2020 fokussieren, sicherlich auf die Sustainabilität der Olympischen und der Olympischen Bewegung. Und nachdem, nachdem, nach den Events, als die Sportarten und die Quotasen. Ich denke, auch auf die Gäste, und die Participation, und der Appellation der Olympischen zu dem öffentlichen Publikum. Für mich, die zwei Punkte, die ich finde, ist das Investitionen für die Athleten clean. Und der zweite Punkt, die mich sehr interessiert, und ich denke, die auch sehr hilft, der Sport in general, ist die Olympische Reihe. Ich denke, wir sind alle d'accord, dass einige Sporten sind weniger mediatisiert als andere. Und vielleicht, dass wir in den Jungen, die Möglichkeit haben, die Sportarten zu sehen, aber nachdem, nach 4 Jahren, dass wir sie nicht mehr sehen, mit einer Olympischen Reihe, wir haben die Möglichkeit, zu sehen, die Sportarten zu sehen, vielleicht weniger mediatisiert als andere. Und das ist eine große Chance, für viele Athleten, dass wir diese Visibilität haben. Heute, im IOC Headquarter, wird die Agenda 2020 veröffentlicht. das heute, wurde eröffentlicht. Das war die Vorbereitung von Bahá-Kai-Chau, und die Athleten von 10 Jahren veröffentlicht. Ich bin auch die Einheit. Ich bin der Einheit. Ich bin der Einheit. Moi, ce que je retire, c'est principalement l'ambition de renforcer les Jeux olympiques en apportant de la flexibilité. Je suis convaincu que ça peut marcher dans ce sens-là, d'apporter plus de flexibilité aux candidatures, aux organisations. Je suis persuadé que ça va apporter des Jeux un peu variés, donc impactants, des Jeux efficaces, des Jeux mieux compris par le grand public aussi. Et tout ça, ça va renforcer les Jeux olympiques. Et c'est clé parce que c'est le plus bel événement sportif au monde. Donc vouloir le renforcer toujours, c'est une belle mission et c'est important. De permettre aux nouvelles villes candidates de se présenter pour l'organisation des Jeux olympiques, que ce soit un peu moins lourd, peut-être en partenariat avec d'autres pays, avec d'autres régions, et qu'il y ait plus de villes candidates pour l'organisation des Jeux, à la fois d'été et d'hiver. Je pense que ça va encore rebooster, redynamiser tout le mouvement olympique. Merci. Merci. Merci.